Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Ein Cast, sie zu knechten, ins Ohr zu treiben und ewig zu wünschen. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Game of Nerds, dem Fantasy-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen zu Game of Nerds, eurem Fantasy-Podcast hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Meester Chris und mit mir dabei sind Silmarillion Michael. Ich grüße dich. Halli, halli. Woher kommt das eigentlich, dass man ab und zu so diesen englisches R oder amerikanisches R, wenn man da so, kennst du das auch als Mal, wenn du so sprichst? Ja, das ist dieses verdammte Denglisch, was wir jetzt überall sprechen. Ich meine, wir haben uns vor Jahren darüber aufgeregt und jetzt machen wir es selber die ganze Zeit. Nur ich, hätte ich, sag mal, zehn Jahre zurück, wir sind ja fast zehn Jahre auf Sendung, zehn Jahre zurück und hätte ich irgendwen so sprechen hören, wie wir heute alle sprechen, ich wäre verrückt geworden. Ja, safe, Mann. Ja, herzlich willkommen bei eurem Fantasy-Podcast, bei dem wir fast alle 14 Tage immer zwei Folgen von Rings of Power besprechen, so auch heute, nämlich mit den Folgen fünf und sechs. Bevor wir aber da einsteigen, Michael, es gibt ja noch durchaus anderes von uns zu hören. Genau, und das findet ihr alles unter nerdizismus.de, unsere wunderbare Webseite, die wir letztes Jahr erneuert haben, aber die immer noch trotzdem sehr aktuell ist. Denn da findet ihr alles, was wir bisher aufgenommen haben, aufgeschrieben und wo ihr uns sehen könnt und hören könnt, uns lesen könnt und, 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 und. Das Wichtigste an dieser Seite ist, dass wir da mehrere Buttons haben. Einmal den Hören-Button, wo ihr uns natürlich hören könnt. Dann könnt ihr uns auf den ganzen Socials folgen. Aber für diesen Podcast besonders wichtig, ihr klickt auf Feedback. Und dann könnt ihr uns nämlich schreiben oder sprechen an die WhatsApp-Nummer 015259647709. Wir freuen uns so über euer Feedback. Auch gerne klassisch per Mail machen viele an info at nerdizismus.de oder ihr diskutiert fleißig mit auf Discord unter nerdizismus.de slash Discord. Und wir freuen uns natürlich immer über Bewertungen auf allen Plattformen. Das hilft einfach dem Algorithmus. Also lasst doch mal ein paar Sterne da, da freuen wir uns immer. Bevor wir in die Folgen einsteigen, aber drüber schnell in die Feedback-Ecke. Da haben wir zwei Mails gekriegt, die wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Da schreibt uns der L. Mercy. Hi, Chris und Michael. Herr der Ringe ist, glaube ich, die einzige Serie, wo Michael mal so richtig den Nerd draus hängen lässt. Und das merkt man auch, dass er als Fanboy kritischer ist als sonst. Ja, mag sein, aber du hättest doch andere Serien, wo du den Fanboy hättest draus hängen können, oder? Ja, bei den Game of Thrones lachen ja sowieso. Und gut, es ist halt ein Unterschied, ob ich Herr der Ringe mein Leben lang gelebt habe oder ob ich nur ein Fan von Star Trek und Star Wars bin. Das ist schon dann der Unterschied, wo man sich vielleicht mehr mit identifiziert. Da kann ich das etwas nachvollziehen, wenn der Eindruck hier entsteht, dass ich hier noch mehr durchnürde. Weiter schreibt er. Ja, das Hauptproblem der Ringe der Macht ist wohl, dass die Serie Spannung eines einer achte Geschichtstoku verströmt. Man weiß in groben Zügen schon alles und sieht jetzt die Details der Schlacht im Teutoburger Wald. Nur, dass im Herr der Ringe keiner stirbt. Und die Szene mit Saurons Tod hat mich auch nicht überzeugt. Saurons mächtigste Fähigkeit ist doch, er weiß genau, welche Hoffnungen und Wünsche jemand hat, nur bei Ada nicht. Ja, was sagst du dazu? Also wir haben ja letzte Woche schon ein bisschen drüber gesprochen, dass die Orks ja jetzt auch bald eine Gewerkschaft gründen, wenn es so weitergeht. Also ich war natürlich schon ein bisschen überrascht, weil ich jetzt nicht gedacht hätte, dass so ein Evil-Sauron sich so einfach überrumpeln lässt. Aber klar, wenn er es natürlich im Lore damit spielt, dass er die Hoffnungen und Wünsche kennt. Oder ist das eigentlich nur der Anatar, der die kennt? Aber das ist ja eigentlich das gleiche Wesen. Ja, also es ist wieder ein bisschen kompliziert, wie alles bei Tolkien. Und das Komplizierte an dieser Serie ist, was auch in einem späteren Kommentar gleich noch kommt, dass wir uns genau daran erinnern müssen, welche Rechte die für diese Serie haben. Wir haben es ganz am Anfang der Serie mal besprochen, aber die können hier letztendlich die Bücher, die ersten drei Bücher, den Hobbit und die Anhänge mit reinnehmen. Sonst können die eigentlich nicht viel mit reinnehmen und müssen viel zwischen den Zeilen rein interpretieren und versuchen, nicht so zu schreiben, als würden sie doch noch was aus den tausenden Briefen und dem Silmarillion mit rausnehmen. Und Sauron ist Herr der Ringe und den Anhängen auch nur sehr grob skizziert worden. Klar ist er als so übermächtige Figur mit reingekommen und jemanden, der auch als Anatar, der Herr der Geschenke, die Elben verführt hat und die hinters Licht geführt hat. Aber so viele Details sind er einfach nicht. Und das versuchen sie in diese Serie mit reinzuschreiben. Und wie ich es letztes Mal schon gemacht habe, sie versuchen Sauron hier irgendwie zu vermenschlichen, stärker zu vermenschlichen. Klar wurde an ein, zwei Stellen geschrieben, dass Sauron vielleicht zu dem Zeitpunkt nicht ganz hundertprozentig böse ist oder dass er noch die Fähigkeit hat, sich in andere reinzuversetzen und vor allen Dingen auch seine Gestalt zu wechseln. Aber da ist viel einfach so zwischen den Zeilen gelesen und so viel geschrieben worden von den Serienmachern, dass man wirklich sagen muss, das ist auf den Mist von denen gewachsen und eigentlich nicht auf dem Mist von Tolkien. Wahrscheinlich auch die Wahrscheinlichkeiten. Da schreibt nämlich der Elmercy weiter. Die Wahrscheinlichkeit, dass Galadriel zufällig genau da ins Meer springt, wo Sauron auf seinem Floß rumschippert, dürfte gleich null sein. Sehr konstruiert, um ihr die Schuld an Saurons Rückkehr zuschieben zu können. Manches wirkt konstruiert, manches, gleich drüber sprechen. Die Elfen haben keine moderne Kommunikationstechnologie wie zum Beispiel Brieftauben, sondern müssen einen Boten schicken, der kriegt natürlich auch keine Eskorte. Doch, der hatte glaube ich eine Eskorte. Das haben wir dann glaube ich in der nächsten Folge gesehen. Elronds Flucht mit den drei Ringen kann ich auch nicht nachvollziehen. Elrond weiß nicht, ob die Ringe korrumpiert sind. Und sind sie korrumpiert, ist Mittelerde verloren. Also ist die logische Option, auf die Chance zu setzen, dass sie es nicht sind. Stattdessen, Gil-Galad und Galadriel sind beide doof. Ich entscheide jetzt ganz alleine über das Schicksal der Elfen und hüpf. Ich habe mich übrigens gewundert, dass Galadriel ihm nicht hinterhergesprungen ist. Wenn er das schafft, sagt sie das doch mit links. Bis dann in 14 Tagen. Elmercy. Ja, das hatten wir auch beim letzten Mal angesprochen, dass der Elrond doch irgendwie so, woher, warum? Ja, also wie so in vielen Dingen in dieser Serie und auch in diesen zwei Folgen fehlt mir das Warum. Das ist sehr lange und trotzdem passiert irgendwie nichts. Ja, die meandern da sehr viel rum. Und warum ist es auch einfach, weil es in der Buchverlage in irgendeiner Art und Weise steht, dass Elrond mit eigentlich Galad und Galadriel derjenige ist, der der Skeptiker gegenüber Annatar, beziehungsweise gegenüber den Ringen der Macht ist. Und die, die das als erstes merken, dass da irgendwas nicht mit stimmt. Und da Galadriel sich ja die ganze Zeit in dieser Serie mit Sauron und dem schönen Sauron rumschlagen muss und Gil-Galad, die das Schicksal der Elben im Kopf hat, bleibt dann die Rolle hier bei Elrond hängen. Ja, und der bekommt ja dann im Grunde genommen auch von dem Sirdan oder wie der heißt? Kirdan. Kirdan, genau. Der erklärt dem ja dann auch erstmal alles. Also das ist ja auch alles so ein bisschen, naja, gut, müssen wir mal schauen, wie es weitergeht. So, dann haben wir eine Mail vom Olli. Der schreibt, hallo ihr Hobbits, ich versuche meinen Zorn über die Ringe der Macht-Serie zu zügeln, aber in Zartzeilen muss ich doch loswerden. Michaels Mühen, die langweilige und sinnlose Story der Serie mit Silmarillion-Inhalten zu verbessern, sind heldenhaft, aber vergeblich. Die Macher haben nicht nur die Rechte am Silmarillion nicht gekauft, sondern ignorieren rundweg die bestehenden bekannten Fakten aus Tolkiens Werk. Das fällt dir ja wahrscheinlich viel, viel mehr auf als mir. Ja, absolut. Aber wie ich es gerade schon gesagt habe, sie können sich wirklich nur in den Herr der Ringe Büchern, dem Hobbit und den Anhängen bedienen. Und die sind so, vor allem was das zweite Zeitalter betrifft, so grob und so mit wenig Informationen versetzt, dass die sich quasi aus den Dialogen im Herr der Ringe, wo vielleicht ein Gandalf erzählt von irgendwelchen Geschehnissen, so sich die Sachen zwischen den Zeilen rausholen müssen. Und das habe ich eben schon angedeutet, da muss man einfach viel zusammendichten. Man muss denken, Tolkiens Legendarium, also Tolkiens ganze Welt drumherum, ist enorm riesig und die stand auch nie still. Tolkien hat Zeit seines Lebens weiter an diesem Werk geschrieben und regelmäßig auch Dinge verändert, auch wenn sie vielleicht nicht schwarz auf weiß im Herr der Ringe waren, trotzdem war es eine lebende Welt. Und die Charaktere, die er auch nie komplett runtergeschrieben hat, die haben sich auch ständig verändert. Es gibt zig Versionen von Galadriel, die er in Nebengeschichten ausgeformt hat, die er in Briefen an Fans ausformuliert hat. Und das darf man auch nicht vergessen. Er ist nicht nur alles, was er in seinen eigenen Manuskripten geschrieben hat. Der hat ganz, 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 ganz viel Fanpost beantwortet. Irgendwie über 1000 Briefe oder sowas sind von dem da, wo er teilweise in die Tiefe des Ganzen reingeht, wo ich gleich zum Beispiel noch was zu den Ends erzählen kann. Und das Material, das haben die Serienmacher alles nicht und müssen sich das selber ausdenken. Und die dürfen auch nicht die Rechte dieses Materials verletzen, weil die einfach die Rechte davon nicht haben. Und dementsprechend kommt sehr viel Kokolores hier zusammen. Das heißt also, die Galadriel erkenne ich nicht wieder, weil sie die Rechte an der Filmgaladriel nicht haben? Nein, sie haben die Rechte an den Büchern, wo die Galadriel aus den Filmen beschrieben wurde, die wir aus den Filmen kennen. Aber da natürlich hier jetzt nicht eine vollkommen geformte Galadriel auftauchen kann, die ja theoretisch ein paar tausend Jahre später im Heer der Ringe zu sehen ist, wie sie zu sehen ist, müssen sie einen Charakter schaffen, der noch lernen kann, beziehungsweise der noch aufgebaut wird. Und ein paar grobe Infos haben sie aus den Anhängen und dem, wie es in den Anhängen beschrieben wurde. Aber sie haben halt einfach nicht viele Informationen. Und Tolkien, der hat sehr viel rund um Galadriel geschrieben, aber das, was er alles darum, Galadriel darum geschrieben hat, in seinen Briefen und in seinen ganz anderen Geschichten und Manuskripten, die ja sein Sohn Christopher Tolkien zum Beispiel in Silmarillion zusammengefasst hat, da dürfen die alles nicht drauf zugreifen. Also haben müssen die sich eine eigene Galadriel-Form. Also läuft das, was sie hier macht, alles noch unter jugendlicher Leichtsinn? So ungefähr, ja. Okay. Würde ich mal behaupten. Gut. Gehen wir mal zum Gandalf. Da schreibt der Olli, bestes Beispiel Gandalf. Es wurde ja schon erwähnt, aber hier nochmal. Gandalf fiel nicht als brennender Amnesie-Meteoman vom Himmel, sondern kam mit vier anderen Zauberern per Schiff an der Westküste am Hafen, graue Antfurten genannt, an und man warf Anker. Über die Reling betrat man das Kai. Alle fünf Zauberer hintereinander im Gänsemarsch sah Roman zuerst, Gandalf zuletzt, über ihn kreischten die Möwen und ein scharfer Wind wehte, wie an einem Hafen ebenso üblich. War das deutlich? Ein verständliches Bild für jene, die die Serie toll finden. Und Gandalf war da schon der fertige Gandalf, wie wir ihn aus Hobbit und Herr der Ringe kennen. Und kein Gedächtnisverlust hier. Kein Gedächtnisverlust hier. Natürlich haben die Macher der Serie den Stranger noch nicht namentlich als Gandalf revielt. Ihnen ist auch zuzutrauen, dass sie noch in dieser Staffel sagen, haha, das ist gar nicht Gandalf, sondern Meteorix, ein ganz toller Zauberer, den wir uns ganz allein ausgedacht haben. Ihr seid uns alle auf den Leim gegangen. Der Gedanke kam übrigens auch schon, dass das am Ende vielleicht irgendwie einfach so Radagast ist oder so ein Kram. Nicht, dass sie sich neu ausdenken. Auch hier wieder das Interessante. Ich habe mich in den letzten zwei Wochen noch mal mit den Magier, mit den Wizards beschäftigt, mit den Zauberern. Und Tolkien hat später noch viel rund um die Zauberer geschrieben und wie sie auch vor dem dritten Zeitalter bereits in Mittelerde waren. In anderer Form und theoretisch sogar in anderer Macht. und sogar mit Gedächtnisverlust unterwegs waren. Also das sind so alles Aspekte, die in Istari auch mit da reingespielt haben. Aber dann am Ende haben die, wie war das nochmal, fanden die Elben es nicht gut, was für einen Einfluss die Valar auf die genommen haben. Vor allen Dingen mit der Macht der Zauberer und wie sie sich integriert haben, sodass die bei Neuen erscheinen sich nicht so versteckt haben wie vorher. Also würde man denken, dass sie die Rechte an vielen anderen Stoffen haben. Und das ist wieder das Rechte. Dann gibt es sogar ganz viele Theorien und ganz viele Dinge, wie die Istari vorher in Mittelerde aufgetaucht sind und auch sogar in Runen und so unterwegs waren, mit einer ganz anderen Mission und sogar mit einem Gedächtnisverlust unterwegs waren, was die aber rein theoretisch alles gar nicht benutzen dürften. Heißt auch hier wieder alles Kokolorus, der Serienmacher, die sagen, okay, was ist, wenn die Istari einfach auch früher aufgetaucht sind. Wenn sie diesen Ansatz wirklich verfolgen, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie irgendwann in Probleme mit dem Tolkien-Estate kommen. Vielleicht wurden das auch abgesegnet. Aber wenn man weiterhin von der Prämisse ausgeht, drei Helder-Ringe-Bücher, Hobbit und Anhänge, dann dürften die diesen Weg normalerweise gar nicht gehen. Hm. Der Olli schreibt weiter, mal ehrlich, wenn die Writer, also, ne, dass sie einen anderen Zauberer aus dem Hut zaubern, sie das machen würden, auch geil, wenn sie einen anderen Zauberer aus dem Hut zaubern, das ist so der Inception der Zauberer. Also, mal ehrlich, dann wären die Writer noch ärmere Würstchen, als sie es ohnehin schon sind. Aber dabei bleibt es ja nicht. Sauron ist kein flüssiger Blob. Galadriel ist kein Pferdemädchen. Orks haben keine Frauen und Kinder. Und Dolche benutzt man nicht zum Bergeaufschließen. Nein, das stimmt übrigens nicht. Ah. Das stimmt übrigens nicht. Es gibt eine, es gibt auch hierfür, hat Tolkien wieder angedeutet, dass die Orks durchaus eine soziale Struktur haben und Kinder haben könnten und sowas. Das ist halt alles nicht hundertprozentig aufgeschrieben, aber es gibt halt Andeutungen davon, dass sie eine Gesellschaftsform haben, mit der sie leben und in der sie selber leben. Und dazu gehören dann auch Kinder. Man darf nicht vernachlässigen. Aus den Filmen denken wir so ein bisschen, die Orks werden aus dem Matsch herausgezogen und dadurch irgendwie aus der Erde herausgeboren. Nee, die Orks sind verdorbene M. Und die wurden von Morgos so lange gefoltert und gequält, bis daraus wahrscheinlich die Rasse der Orks entstanden ist. Und wie soll man sich dann, wie soll sich diese Rasse dann nicht fortpflanzen, wie es normale tun? Also das, was in den Filmen gezeigt wurde, ist nicht unbedingt Lore in den Büchern. Man hat halt eben aber so das Gefühl, dass das reingeworfen wird, um, ja wie soll ich sagen, wir hatten beim letzten Mal ja schon drauf hingewiesen, dass es ja durchaus einfach auch mal schön ist, wenn ein Bösewicht einfach böse ist. Einfach um das Böse. Das Imperium, hatten wir letztes Mal gesagt, sind Space-Nazis und danke, das reicht mir auch. Ich brauche da keine Backstory. Ich brauche nicht die schlechte Kindheit von Palpatine oder sowas. Das interessiert mich einfach nicht. Deswegen finde ich ja auch, wie gesagt, das völlig uninteressant, was man da mit Anakin gemacht hat. Das hat mich nie interessiert. Das wäre da als Bösewicht aus. Diesen Punkt halten wir gleich mal fest für einerseits Tom Bombadil und andererseits die Ends. Weil das ist nochmal wichtig in der Art und Weise, wie Tolkien diese Figuren geschrieben hat. Okay. Und so geht es mir hier auch. Weißt du, die Orks dürfen einfach böse sein. Und man hat halt eben einfach immer so dieses Gefühl, es wird halt nicht reingebracht, um die Story irgendwie weiterzubringen oder um einem irgendwie so einen Aspekt da reinzubringen, sondern es ist drin, weil ja niemand darf halt jetzt so ganz böse sein in der Policy von Amazon. Und genauso war auch, das ist mir so aufgefallen, als dann die Galadriel mit diesem unglaublich diversen Cast da auf ihre Entdeckungstour geht, der aber nicht sonderlich inklusiv war, by the way. Und dann treffen sie auf diese Grabwichte und selbst die dürfen dann nicht vernichtet werden, sondern müssen dann irgendwie so besänftigt werden. Also das war alles irgendwie ein bisschen komisch. Aber er schreibt noch weiter. Orks haben keine Elben, haben keine Frauen und Kinder und Dolch benutzt man nicht zum Berge aufschließen. Sind nicht feuerfest, Adler können keine Könige bestimmen und unter Tage kann man kein Getreide züchten, höchstens Champignons. Die Liste ist endlos. Wie wäre es, wenn... Wie wäre es... Ach so. Wie wäre es, wenn man Luke Skywalkers Abenteuer zwischen Episode 4 und 5 verfilmt? Nur, dass Han Solo nun ein Roboter ist, Prinzessin Leia kann Laserstrahlen spucken und Luke hat vier Arme. Gar nicht so schön, nicht wahr? Aber genauso gehen die Macher mit Tolkiens Figuren und Welt um. Ja, sie kennen nicht mal einfache Naturgesetze. Am schlimmsten wäre es, wenn künftige Generationen beim Schauen oder Lesen des Herr der Ringe ausrufen, das ist ja Galadriel, das war so schön, wie sie damals über die Wiese geritten ist. Du meine Güte. Grüße, Olli. Ja, zu dem über die Wiese reiten habe ich auch noch was. Ich habe ja in unseren letzten Cast in die Shownotes mal eine Karte gepackt. Die kann ich euch an der Stelle nur noch mal ins Herz legen, weil es eine hochauflösende Karte von, ich wollte schon Westeros sagen, von Mittelerde ist. Und da wurde uns ja in den ersten drei Folgen suggeriert, und da bist du ja auch drüber gestolpert, dass die Galadriel dem Elrond hinterherjagt. Nee, umgekehrt. So. Und der Weg von Lindon, wo sie in der letzten Staffel den Reveal hatten, zu Gil-Galad, ist ganz schön weit. Das wollen die also alles im Jagdgalopp galoppiert sein. Das sind ja Wunderpferde. Ja, beziehungsweise Eregion nach Lindon. Oder Eregion nach Lindon, genau. Also, auch das sind halt Entfernungen. Das ist halt nicht mal eben um die Ecke, wo ich in so einem Sprint das da mache. Aber gut, egal. Also, ihr merkt schon, die Stimmung ist durchaus tendenziell etwas negativer. Wir wollen uns davon aber nicht unterkriegen lassen. Weisen noch mal ganz kurz auf Rotten Tomatoes hin, der aktuell bei 58% steht. Und ich möchte an dieser Stelle auch so mal mitten im Cast ein bisschen Werbung machen. Am 31.10. Halloween Edition unserer tollen Nerdy Christmas Show als Gast kommt. Edencraft, tolle Cosplayerin, wird ganz fantastisch. Und das Beste ist, wenn ihr auf Gropon.de geht und da nach Nerdy Christmas sucht, dann findet ihr aktuell einen Deal. Da gibt es nämlich gerade 35% Rabatt und noch ein Freigetränk und eine Party ist ja im Anschluss auch. Also von daher 31.10. Rabbit Hole Theater in Essen. Nerdy Christmas, The Show und danach noch Halloween Party. Wenn ihr in Verkleidung kommt, ist das super. Ihr spart 35% und kriegt bei Gropon sogar noch ein Getränk dazu. Also, wenn das kein guter Deal ist, dann weiß ich auch nicht. So, genug der Werbung, steigen wir ein. Folge 4, Folge 5, Der Älteste und Hallen aus Stein. Und ich würde sagen, wir reden sofort über den Elefanten im Raum. Bleibt uns ja gar nichts anderes übrig. Wir müssen auf jeden Fall drüber reden. Nämlich, dass Poppy im Deutschen ja Maxi heißt. Oh, als du mir das geschrieben hast, habe ich gedacht. Also, wir haben ja angefangen mit der WhatsApp-Nachricht, dass ich es ja ganz spannend mal fände, so einen Drehbuchübersetzer kennenzulernen, der die deutschen Sachen übersetzt. Weil, der muss ja auch eigentlich eine gewisse Ahnung von der Materie haben, um dem Ganzen gerecht zu werden. Vor allem Dingen bei sowas wie Tolkien und Herr der Ringe. Besonders bezogen auf die Tatsache, dass es ja zig Übersetzungen auch gibt und Fans einfach gewisse Übersetzungen präferieren dabei. Und dann hast du mir geschrieben, dass Poppy, wie heißt sie, anders heißt, Maxi, einfach nur die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, okay, da hatte man dann kein Geld dafür. Ja, weil sie heißt, der deutsche Name ist halt Maxam Stolzfreund, der übersetzte Hobbit-Name. Und deswegen hat man das aus Maxame oder Maxam oder Maxame oder wie auch immer, hat man dann eben nicht, hat man dann nicht Poppy gemacht, sondern man hat dann eben halt, jo, Maxi draus gemacht. Ich meine, sie heißt im Original, jetzt will ich gerade nochmal gucken, wie sie im Original heißt, also der vollständige Name, Sekunde. Poppy Pro Proud Fellow. Wie heißt sie? Poppy Proud Fellow. Ah, okay, ja. Und dann hat man, ich meine, man hätte doch auch Poppy Stolzfuß machen können, oder? Ja. Und jetzt sehe ich gerade hier auch bei Google Maxame Stolzfreund. What? Ja. Ja. Sorry. Ja, eben, also hätte man man eigentlich irgendwie machen können, aber hat man nicht. Gut, okay. Das ist mir nur so übergekommen, weil ich so ab und zu mal ein bisschen hin und her switche, weil mich es halt doch mal interessiert, wie sie was übersetzt haben. Und dann bin ich zufälligerweise halt über eine Stelle gestoßen, wo das war. Aber nein, darauf wollten wir natürlich nicht eingehen. Nein, wir wollten natürlich im Prinzip in der Folge 4 werden zwei Dinge gezeigt, die ja schon ein kleines Sensationsbeben unter den Fans eigentlich hervorgerufen haben, denn zum einen sehen wir Tom Bombadil und wir sehen Endfrauen. Bleiben wir aber erstmal bei Tom Bombadil. Tom Bombadil, eine Figur, die ja sehr zum Leidwesen vieler Fans in den Herr der Ringe Filmen überhaupt nicht dabei war, wird auch glaube ich gar nicht erwähnt, wenn ich mich rechten Sinne, ist aber jemand, der, und ich bin ja jetzt nicht so ein Hardcore-Fan wie du, ich habe also die Bücher mich einmal als Hörbuch durchgequält, muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn man die ganzen Lieder da mal rausstreichen würde und die ganzen Abhandlungen und die ganzen Annalen und dann zeugte der den und der den und das liest sich manchmal schon wie das alte Testament. Aber abgesehen davon ist mir schon aufgefallen, dass diese Figur des Tom Bombadils und seine Frau Goldbeere glaube ich, oder habe ich jetzt gerade Haribo im Kopf, okay? Nee, nee, Goldbeere passt. Okay, Goldbeere passt, dass die in der Tat so von der Tonality des ganzen Buchs irgendwie, also wenn der Tom Bombadil anstelle von Beon im Hobbit gewesen wäre, da hätte er gut reingepasst. Aber im Herr der Ringe war der für mich immer auch so in der Tat so ein was soll das, was bringt das und am Ende des Tages eigentlich gar nichts. Also der hat einen ja nicht wirklich weitergebracht. Ja, also man kann ihn rauslassen und entsprechend ist er nicht wichtig für eine Story, aber Tom Bombadil ist ein Wesen, mit dem Tolkien gewisse Aussagen, ja, eine gewisse Aussage hervorheben wollte. Dass es zum Beispiel auch Dinge und Lebewesen in der Welt gibt, die im Moment leben und die sich nicht für das große Ganze interessieren, sondern einfach im Hier und Jetzt das Da-Sein möge, mögen und einfach diese Philosophie verfolgen. Also entsprechend für ihn ist das große Geschehen in der Welt nicht wichtig, euch zu zeigen, wie man auch frei von diesen Sorgen leben kann. Und das ist jemand wie Tom Bombadil. Tom Bombadil ist eine Figur, die gab es schon lange vor dem Herr der Ringe. Die hat Tolkien auch schon lange vor dem Hobbit und Herr der Ringe geschrieben. Er hat irgendwie, die Geschichte geht wohl so, dass er eine Puppe, eine holländische Puppe von seinem Sohn hatte und die hatte so einen Feder mit Hut dran und hieß auch irgendwie Bombadil in der Richtung und das hat ihm so gut gefallen, dass er da Geschichten drum, kleine Geschichten drum rum geschrieben hat. ist ein kleines Buch, ein Gedicht, die Abenteuer des Tom Bombadils, wo auch schon ein paar Sachen drinstehen, wo zum Beispiel auch die Grabunholde vorkommen, gegen die er bestehen muss, die er aber dann in seiner gewohnten Art und Weise einfach weg singt und wegtanzt. Also er ist schon eine sehr, sehr kuriose Figur, die außerhalb des Ganzen steht und auch im Lore selber, sagt er auch selber, er ist der Älteste. Er ist einer, der war vor allem da und wird wahrscheinlich als letztes auch gehen und er ist einfach nur da, er ist einfach nur jemand, eine Figur, die eine Präsenz in dieser Welt ist, ohne von dieser Welt groß beeinflusst zu werden und das ist das Spannende an ihm und das ist auch dieses, deshalb ist auch dieser Oddman out, der nicht ganz da reinpasst, aber zeigt, wie auch in dieser Welt das Schöne und das Besonnene bleiben kann und besteht, bis es nicht komplett vernichtet wird. Er ist eine Auszeit für die Hobbits auf ihrem Weg durch den Alten Wald und er ist eine Auszeit, eine kurze Pause, der die rettet und sagt, es kann auch anders gehen außerhalb eurer ganzen Konflikte und das ist das Schöne am Tom Bombardil und das ist auch das Schwierige an ihm, dass er halt so ein Enigma ist, der einerseits in die Geschichte reinpasst und dann wieder nicht reinpasst und das meinte ich eben, dieses mit man muss Dinge nicht ausformulieren, Tolkien hat ihn bewusst offen gelassen und er hat gewusst gesagt, man kann auch nicht unbedingt sagen, wer er ist, ein paar Rätsel muss es immer geben, sogar in einem mystischen Zeitalter, Tom Bombardil ist eines absichtsgemäß, ist so ein bisschen die Aussage von Tolkien, wie ich es gerade sehe in seinem Brief 144. Das heißt also, der gehört jetzt nicht zu den Valar oder sonst irgendwas, er ist halt einfach da, warum weiß man nicht. Das heißt, das ideale Potenzial, um da auch nochmal eine Prequel-Serie draus zu machen. Nein, Tolkien wollte nicht, dass Tom Bombardil so das in den rein interpretiert. Deshalb habe ich auch ein klein wenig Problem mit der Art und Weise, wie er in Rings of Power gezeigt wird. Einerseits wird er total super dargestellt. Ich mag die Art und Weise, wie er einfach diese Unbeschwertheit mit reinbringt. Das hat er in den Büchern auch. Andererseits ist es ein Punkt im Heer der Ringe, dass die Hobbits sich bei ihm ausruhen können und dass er sich über den Ring amüsiert und sehr viel den Hobbits erzählt. Aber dass ihn der Ring mehr oder weniger nicht kümmert. Der Ring hat keine Macht über ihn und er hat keine Macht über den Ring. Also in dem Moment, wo er ihn aufsteckt, wird er nicht unsichtbar und passiert nichts, dass ungefähr es bringt auch nichts Tom Bombard den Ring zu geben, weil ihm wäre am Ende so dermaßen egal, dass er ihn wahrscheinlich einfach verlieren würde. Und der hat keine Macht über den Ring, der Ring hat keine Macht über ihn, aber ihm ist auch egal, was mit dem Ring passiert. Also wäre er am Ende kein guter Beschützer davon. Und in der Serie jetzt erleben wir sein Zusammenkommen mit Gandalf, wo er scheinbar Gandalf einen gewissen Weg weist. Aber das ist eigentlich nicht der Sinn und Zweck von einem Tom Bombard Deal, dass er Gandalf zeigt, was sein Purpose ist, was sein Ziel sein soll, weil Tom Bombard sollte das eigentlich völlig egal sein. Tom Bombardil, ja, man sieht wie er ein bisschen mit Feuer rumspielt, das ist so eine Anspielung auf die Art und Weise wie er mit dem Ring rumspielt, aber Tom Bombardil zeigt seine Macht nicht. Er ist mächtig, aber er zeigt ihn nicht. Er sagt auch hier in der Serie, er hat keine Macht über die Gezeiten, über die Winde, sondern er respektiert sie nun. Deshalb die gehen in der Serie noch ein bisschen Schritt weiter. Eigentlich sollte Tom Bombardil unbeteiligt an dem Ganzen sein und vielleicht nur eine kurze Rast für jemanden wie Gandalf, aber nicht, dass er Gandalf den Weg zeigt. Ich hätte nicht das Gefühl, dass er eine Figur sein müsste, die Gandalf den Weg zeigt. Also ist es im Grunde genommen so eine Figur wie diese Watcher oder so? Noch nicht mal. Ihm ist das Geschehen in der Welt, so wie er beschrieben wird, relativ egal. Er schaut sich alles an und er erfreut sich an der Natur und an dem Leben, aber ihm ist ganz egal, welche Kriege da stattfinden und er beobachtet die auch nicht unbedingt, er bekommt sie mit, aber sie sind ihm nicht wichtig. Deshalb ist er auch kein Bibliothekar oder Protokollant oder Historiker, weil das wäre für ihn relativ irrelevant. So wie ich und viele Fans Tom Bombadil verstehen. Okay. Hier wird er ja eingeführt durchaus, das habe ja sogar ich erkannt, mit auch noch mal sozusagen der 1 zu 1 Szene, nur dass hier jetzt nicht der alte Weiden Mann, die die Hobbitze sozusagen einlullt und dann in seine Wurzeln rein festhält oder wie auch immer, weiß nicht, um mit dem Zizi zu fressen, keine Ahnung, was er damit vorhat, sondern hier ist es Gandalf oder The Stranger oder Meteor Man, der sozusagen erstmal in seine Falle tappt und es ist auch nicht der alte Weiden Mann, sondern zwar eine andere Baumart. Ja, weil wir sind in einer ganz anderen Ecke. Wir sind nicht in der Ecke vom alten Wald, wo Tom Bombardier im dritten Allzeitalter unterwegs ist, sondern er ist ja scheinbar auf Reise und schaut sich alles an, wie sich die Landschaft hier verändert hat. Und ja, es ist eins zu eins die Szene, wie wir sie auch, glaube ich, sogar nur aus der Extended Version von den Filmen kennen, und zwar mit Tribute dem End, aber das war damals auch in den Filmen schon quasi eine eins zu eins Kopie von der Art und Weise, wie die Hobbits Tom Bombardier kennengelernt haben. vielleicht für Leute, die das Buch nicht gelesen haben, die erste Strecke, die die Hobbits, nachdem sie aus dem Auenland fliehen, gehen müssen, ist durch den alten Wald. Der alte Wald ist ein sehr, sehr alter Wald und ein sehr gefährlicher Wald, wo auch Bäume leben, die Lebewesen nicht gut gesinnt sind und sie werden dann bei einer Rast von dem alten Weidemann eingelullt und mehr oder weniger verschlungen und dann kommt Tom Bombardier per Zufall vorbei, singend und tanzend und befreit sie. Dann können die ein paar Tage bei ihm in der Hütte verbringen und erleben ganz wunderliche Dinge, als ob sie so ein bisschen und dann lässt Tom Bombardier sie wieder ziehen und dann werden sie nochmal von den Grab unterhalten angegriffen und da hilft ihnen Tom Bombardier auch nochmal bis sie dann aus der Ecke komplett verschwinden und Tom Bombardier mehr oder weniger auch aus der Geschichte verschwindet außer durch ein zwei Sätze von Gandalf wieder erwähnt wird so dass er beim Rat von Elrond sagt was ich und am Ende der Bücher wird auch nochmal gesagt nachdem Gandalf seine Aufgabe erfüllt hat und jetzt quasi keinen Sinn mehr hat außer zurück in die alte Welt zu fahren nach Amman zu den Valar zurückzukehren will er nochmal zu Tom Bombardier und mit ihm lange Unterhaltungen führen weil sein Sinn des Lebens erfüllt wurde und er sich jetzt über andere Dinge mit ihm unterhalten Er unterhält sich ja mit ihm dann auch sozusagen über diesen Zauberer den wir in der letzten Folge gesehen haben und auch da habe ich ja mitbekommen auch das ist jetzt etwas kontrovers diese ganze Saruman Geschichte wie auch immer man es jetzt nennen soll In wiefern wir haben ja das letzte Mal schon drüber gesprochen Ja klar aber er bestätigt es ja sozusagen dass der halt vorher schon mal da war damit wird ja sozusagen impliziert also erstmal unterscheidet sich von dem was wir vorhin gehört haben dass die im Schiff gekommen sind sondern eben auch dahingehend als das ja noch mehr so Richtung Saruman gepusht wird die ganze Nummer Ja könnte wirklich in die Richtung deuten und das ist dann auch wieder so wie Tom Bombardier beschrieben wird er hat ihn kennengelernt und er scheint mit ihn auch freundlich aufgenommen zu haben aber dann hat sich der Zauberer in andere Richtung entwickelt und ganz scheint ihm das jetzt nicht zu berühren dass er dann zum bösen Zauberer geworden ist es ist halt so es war einfach so okay ich verstehe wie bist du zufrieden jetzt mit der Figur des Tom Bombardier hat er dich jetzt hast du ihn dir so vorgestellt optisch übrigens der Schauspieler den wollen wir an der Stelle auch nochmal erwähnen Rory Kinna den habt ihr auf jeden Fall schon gesehen ohne ihn wahrscheinlich bewusst wahrgenommen zu haben denn er spielt den neuen Bill Tanner in den Bond Film in den Craig Film Bill Tanner ist immer so ein Sidekick den gibt es seit den Dalton Filmen gibt es immer einen Charakter der Tanner heißt und das ist immer so ein Regierungsbeamter der öfters mal im Schlepptau von M rumrennt und das war er hier also Skyfall Specter und No Time to Die ansonsten hat er in der allerersten Folge von Black Mirror mitgespielt und er war auch mal in der im Film Broken zu sehen also ich habe ihn auch jetzt als Tanner natürlich wahrgenommen aber er ist mir jetzt nicht im Gedächtnis geblieben da war Michael Kitchen der den vorher gespielt hat einfach etwas Präsenter und ja also wie hast du wie fandst du das jetzt so bist du als Fan sagst du so ja das habe ich mir so vorgestellt ich meine optisch ist das ja schon so wie man ihn immer sieht oder würdest du sagen ach lieber nicht willst du eigentlich dass er noch mehr macht oder soll er jetzt auch möglichst schnell wieder verschwinden ich frage mich weiterhin was er für einen zweck erfüllt in der serie ich finde die darstellung von ihm ruckinier finde ich großartig der macht das richtig gut er stellt quasi einen bombardier vor wie ich mir auch tom bombardier hätte vorstellen können abgesehen davon dass er noch ein bisschen involvierter in der Welt ist als ein Tom bombardier in den Büchern ist werden sie sicherlich ihr Ziel verfolgen fand ich es ein nettes Easter Egg ein nettes Gimmick aber mir ist noch nicht ganz bewusst was er für einen Zweck hier erfüllen soll und dafür müssen wir glaube ich noch ein paar mehr Folgen sehen weil ich glaube das letzte Mal haben wir ihn jetzt nicht getroffen und kleiner Funfact am Rande seine Frau Goldbeere von der ich ja gerade schon gesprochen habe die haben wir hier jetzt noch nicht gesehen wir haben sie nur gehört und das witzige ist die Stimme die wir gehört haben ist von einer amerikanischen Songwriterin Sängerin und Gitarristin nämlich Raya Yabro und Raya Yabro ist nicht nur die Frau von Bear McGrary der die Musik hier macht nein sie hat auch den Soundtrack zu Battlestar Galactica gemacht dem Remake und auch beim Vorspann von Outlander wo sie den Song singt also die kennt man durchaus und du hast mir geschrieben du möchtest mal ganz gerne über den Soundtrack reden ja beziehungsweise der ist mir in der nächsten Folge vor allem aufgefallen diese Folge war es noch gar nicht mal so dermaßen es war okay aber das war sehr hintergründig ich fand in der Folge die jetzt hier darauf folgt dass der Soundtrack schon sehr epische und sehr prägnante Züge angenommen hat und das hat mir auch erste mal in der Serie in der nächsten Folge aufgefallen wie eindringlich der sein kann und wie was für eine Rolle der Soundtrack hier der Score einnehmen kann bisher war er sehr unauffällig für mich aber in der vierten Folge fünften Folge hat er für mich erste mal in dieser Serie eine Rolle gespielt und ich fand ihn richtig gut also die Soundtracks von Bear McQuarrie sind für mich manchmal immer so ein hit and miss also es gibt wirklich welche die die sind rausstechend also zum Beispiel Walking Dead hat er ja Titelmelodie gemacht Battlestar Galactica war involviert das sind alles so Dinge die sind dir so wirklich im Gedächtnis geblieben und obwohl ich Outlander nie wirklich geguckt habe habe ich trotzdem die die Titelmelodie im Kopf und dann hat er jetzt letztens noch gemacht bei Masters of the Universe die Musik das sind alles solche Sachen ihr kennt ihn auch wenn ihr Call of Duty gezockt habt oder God of War da hat er immer die Musik gemacht das alles immer sehr episch aber dann hat es auch wenn ich mir sein Oeuvre sonst angucke sind auch unglaublich viele Sachen dabei die ich geguckt habe wie Ten Gloverfield Lane oder Gloverfield Paradox oder Godzilla 2 King of Monsters wo mir der Soundtrack einfach schlicht und ergreifend überhaupt nicht hängen geblieben ist also das ist immer glaube ich so ein bisschen so ein Hit und Miss aber grundsätzlich versteht er schon sein Handwerk und man muss schon sagen im Gegensatz zu Ernst Zimmer der einfach nur noch Geräusche macht inzwischen und mehr nicht wenn du mich fragst hat er wenigstens noch was Melodisches an sich auch wenn ich die Titelmelodie von Rings of Power also ich skipp das Intro gerne und die Melodie ist ja es ist ja ich weiß es nicht es ist so irgendwie so so James Horner und es ist halt aber hat er da doch nicht weißt du wo von welchem von welcher Serie gerade aktuell mein Lieblings Soundtrack ist ich weiß gar nicht wer den überhaupt geschrieben hat ich weiß nicht ob ihr die schaut Only Murders in the Building ja sicher die Musik ist so groß so richtig richtig toll das ist ich habe mir lange keine Soundtracks mehr angehört von Serien oder die nebenbei laufen lassen aber den kann ich in Dauerschleife laufen lassen auch das Intro von Only Murders lasse ich immer durchlaufen und das Intro jetzt muss ich aber gerade immer gucken wir schweifen mal gerade eben ab das wollte ich nämlich die ganze Zeit schon gucken weil die Intro Musik von Only Murders in the Building erinnert mich fatal an die Intro Mucke von der amerikanischen Remake Geschichte von House of Cards und deswegen gucke ich jetzt gerade wer die Musik gemacht hat Siddhartha Kosler heißt der und er hat nicht die Musik zu House of Cards gemacht okay er hat aber ein bisschen beigetragen zu How Matthew Mother in O.C. California und macht jetzt Only Murders in the Building aber da gibt es nämlich so im Hintergrund so dieses das ist genauso wie bei House of Cards also von daher okay war nicht der gleiche aber ja ich bin bei dir übrigens Only Murders in the Building völlig unerwartet reingerutscht vor zwei Jahren oder wann ich glaube oder ging das während Corona los das war doch so eine Corona Serie ich glaube das war vor das war eine Corona Serie so wie die gestartet ist genau und halt aus Langeweile in Corona reingerutscht und dann so erst wirklich skeptisch weil ich nur so oh ne der olle Steve Martin und und Martin Sheen so aber nein inzwischen richtig gut also es ist ein bisschen konstruiert natürlich aber klar das ist aber dieses Grundkonstruierte weil du halt natürlich auch nicht Miss Marple vorwerfen kannst dass sie halt jeden Tag jede Woche einen Mord hat oder Mord ist ihr Hobby die halt auch 350 Morde hat oder so das ist halt in Krimis so ja aber diese Serie lebt einfach vom Charisma der Figuren exakt der Chemie und dabei die ganze Atmosphäre ist einfach großartig genau die Spielfreude zurück zur Serie über die wir hier eigentlich sprechen also Tom Bombadil hast du noch was hinzuzufügen oder wollen wir zum zweiten dicken Ding gehen ja also wir können vielleicht nochmal erwähnen der Zauberstab von Gandalf der da auch auftaucht den er sich aber erst nochmal verdienen muss er ist ja noch ein Jedi in Ausbildung von daher aber die die Story von Gandalf beziehungsweise vom Stranger ich fand die sehr abgehakt hier in der Folge wie ist sie nochmal zu Ende gegangen ich glaube sie haben dann die anderen Reiter da gesehen und haben kurz über die Reiter gesprochen und das war's und dann bekommt man auch gar nichts mehr von denen mit das war einfach so ein harter Cut so noch nicht mal logisch abgeschlossen sondern es war einfach nur gecuttet ja und dann sind wir wieder bei der Inszenierung also es ist jetzt dafür dass wir nur acht Folgen haben ich möchte das nochmal in Erinnerung rufen dafür dass wir nur acht Folgen haben ist es halt wieder jetzt in der nächsten Folge sehen wir ja dann wieder von manchen überhaupt nichts ja so dass wir unglaublich lange Folgen haben von einer Stunde und trotzdem passiert irgendwie nichts also die essentielle Handlung die ist einfach pro Folge nur zehn 15 Minuten und wenn man sich da anguckt wie das Game of Thrones früher gemacht hat auch wenn jetzt wieder einige sagen ja es ist halt einfach so das war manchmal auch ein bisschen das andere Extrem aber da hat halt jeder Handlungsstrang seine drei bis fünf Minuten pro Folge gehabt dann hast du vier Handlungsstränge gehabt das war dann plus ein bisschen Landschaft plus ein bisschen Blatt zack hast du deine dreiviertel Stunde 50 Minuten voll gehabt und es hat aber immer es gab wenig Füllmaterial dazwischen es gab immer nur Gespräche die dich weitergebracht haben ja und das ist halt hier ganz selten der Fall dass du wirklich Gespräche hast die dich weitergebracht haben wir kommen dann gleich nochmal darauf wenn wir über die Funktionsweise der Ringe sprechen wo ich heute noch nicht verstanden habe wie die eigentlich funktionieren die Serie heißt so und ich raffe es nicht ich verstehe auch nicht wie diese Ringe entstehen die sind einfach da völlig unspektakulär fängt diese Folge an in dem die nächste Folge an in den Zwergen die Ringe gegeben werden einfach so ja so völlig so ja also auch da müssen wir gleich nochmal ein bisschen drüber sprechen und jetzt aber erstmal zu den Maxi und Poppy gehen ja genau nochmal kurz zu Maxi und Poppy die finden einen neuen Hobbitstamm kennt man die denn also es gibt es gibt ja durchaus verschiedene Hobbitstämme und man weiß dass die Hobbits vor langer Zeit sich über diverse Wege dann am Ende im Auenland eingefunden haben aber sie waren ja früher durchaus Stämme die waren weit verstreut und da gab es zum Beispiel die Haarfüße die Starren die Fall die Fallbhäute und so weiter und die haben wahrscheinlich sogar auch hat Sauron sich das selber zugemutet oder hat er sich sein eigenes Grab gegraben indem er die Hobbits aus ihren ursprünglichen Regionen vertrieben hat und dass die sich irgendwann in einem Bereich des Auenlands wiedergefunden haben und ja hier in der Serie wird es noch ein bisschen anders konstruiert das sind die wo Poppy herkommt das sind die Haarfüße und jetzt treffen die auf die Starren und die haben sozusagen eine Prophezeiung dass sie ins gelobte Land wollen und das klingt dann auch schon so ganz verdächtig nach The Shire ja und lustigerweise hat das auch könnte dass der Welt von Tolkien auch eine starke Verbindung zu den Endfrauen weil wir reden gleich noch über die Endfrauen es könnte durchaus sein dass die Endfrauen das Auenland für die Hobbits vorbereiten da werden sie natürlich erstmal nicht mit offenen Armen empfangen bei diesem Stamm der Starren aber naja sie sind ja sozusagen so ein bisschen so der Chosen One könnte man fast sagen ja und genau ja also das war ja zumindest mal ganz ja also die kamen zwar auch so völlig aus dem Nichts okay aber ich bin zumindest mal gespannt wie das jetzt da weitergeht also ganz ehrlich das ist so mit das Interessanteste wie dieses kleine Volk jetzt sich gegen diese Wüstenrüpel da durchsetzen will ja und vor allem dass wir auch hier wieder ein paar Dinge aus der Herkunft der Hobbits sehen wie sie einfach auch dann später in Höhlen hausen und sich die Höhlen zurecht machen also scheint das hier ein Stamm zu sein der eher niedergelassen ist und der schon Traditionen mit ins Auenland später reinnimmt die wir dann auch heute noch kennen ja aber auch hier wieder scheint es so wir haben die Legende der Hobbits selber besagt dass irgendwann die losgegangen sind um das gelobte Land zu finden und wahrscheinlich haben sich dann ein paar Stämme so abgespalten davon und sie haben aber nie wieder zurückgefunden und die Starren sind scheinbar noch in ihrer ursprünglichen Gegend die wohl wenn man Tom Bombardier vertraut früher auch ganz anders gewesen sein muss als eine pure Wüste ob das jetzt durch Sauron passiert ist oder durch Morgos das Land so verdorben wurde irgendwann werden sie definitiv davon vertrieben es wird also nicht lange gut gehen dass sie sich gegen die Großen wehren gut bin ich mal gespannt ob wir in dieser Staffel noch viel davon sehen werden ich bin da skeptisch aber mal gucken ein zweimal werden wir vielleicht noch zu denen zurückschalten genauso können wir ja dann uns auch mal anschauen was dann noch mit Galadriel passiert denn die ist ja auch das ist ja etwas was aus dem Herr der Ringe sag ich mal raus ist was ja hier dann reingekommen ist das aus dem Film gestrichen wurde nämlich diese Grabierwichte oder wie die auf Deutsch heißen habe ich es jetzt gerade vergessen Grabunholde Grabunholde ganz genau auch da Barrow White genau auch die auch da ist ja diese Episode aus den Jackson Filmen komplett rausgestrichen worden genau und wie ich eben schon erklärt hat diese Episode in Herr der Ringe ist auch noch stark verbunden mit Tom Bombadil denn als die Hobbits weiter reisen zum Ende des alten Walds werden sie auch einfach durch Nebel und durch noch nicht mal durch Nebel werden sie durch ihre Faulheit in diese Richtung getrieben weil sie sich sehr bequem machen und werden dann in der Nacht von den Grabunholden angegriffen und nur dadurch dass sie ein Lied von Tom Bombadil beigebracht bekommen haben dass sie ihn rufen können noch in seinem Einzugsgebiet kann er sie noch von den Grabunholden retten und gibt ihnen sogar die Waffen der Grabunholde die dann später helfen auch noch gegen die schwarzen Reiter zu bestehen naja siehste also von daher hat man die jetzt auch ein bisschen reingebracht und weißt du das ist glaube ich das was so ein bisschen das ich will nicht sagen das Problem ist aber das sind halt die Dinge die fühlen sich dann so reingeschmissen rein aber das könnte ja genau aus dem Grund sein wie du vorhin schon angesagt hast ich hab halt nicht so viel Stoff also muss ich halt das reinschmeißen was ich hab und dann ziehe ich halt den alten Kram nochmal raus auch wenn er an der Stelle gar nicht so passend ist ja ich bin mir auch gar nicht mal sicher ob die Grabunholde überhaupt in dieser Form im zweiten Zeitalter schon vorgekommen sind weil die sind glaube ich erst durch die Nazgul überhaupt in die Ecke gesandt worden zu den Hügelgräbern wenn ich mich recht erinnere aber das ist das ist jetzt nur noch irgendwo in den Tiefen von meinem Gedächtnis verwurzelt also da haben sie glaube ich auch nochmal wieder ein bisschen was verwurstet ja also die ganze Episode ist so ein kleiner Versatzstück von netten Easter Eggs und netten Cameos die da drin sind aus der Tolkien Welt aber es fühlt sich auch an wie ein sehr loses Konstrukt also es fühlt sich nur an die sind da weil man die schreiben kann die sind da weil es die in Tolkien's Welt gibt aber es macht nicht so Sinn dass sie jetzt unsere Leute aufhalten besonders das ist ja wirklich nur das ist ein Füller für die Elben damit sie nicht schnell genug nach Erygion kommen oder nicht schnell genug auf die Orks treffen da musste irgendwas geschrieben werden also werden die Barrowites geschrieben ja genauso fühlt sich es halt an exakt das ist der Punkt genauso fühlt sich es halt an und auch hier da ich diese ganze Truppe nicht kenne mit denen die unterwegs sind ist mir das auch völlig wurscht was halt mit denen auch passiert weißt du ich hab halt kein warum soll ich jetzt mit dieser Elbenbande da bonden ich kenn die ja nicht ich kenn nicht mal die Namen von denen beziehungsweise doch dann haben sie kurz Namen und auch hier gilt wieder hat der Charakter einen Namen sage lieber besser haben und ja also es ist ja das war das ist diese ganze Geschichte rund um Galadriel und Elrond sie haben sich jetzt irgendwie in die Ecke geschrieben dass Anatar beziehungsweise Sauron jetzt noch schnell alle Ringe herstellen muss bevor irgendwer von den anderen ankommt haben wir es nicht schon letztes Mal gesagt müssen irgendwie aufgehalten werden bis das alles gemacht wurde und bis dann Caleb Brimbo seinen Fehler merkt bis er bemerkt dass Sauron dahinter steckt obwohl es auch schon hier wieder komplett verwurschtet wurde wir erinnern uns an Anfang der Staffel war es plötzlich ganz schnell konnten sie von Eregion noch Lindon rüber und jetzt brauchen sie quasi ewig um da irgendwie hinzukommen nur weil die Geschichte das braucht kaputt ist die hätten ja auch mal klettern können ja genau die sind auch sonst die Kletterprofis ja aber okay ja ja die die Story needs it genau und auch wird ja in der fünften Folge ganz wenig aus dieser Ada oder beziehungsweise Galadriel trifft ja dann auf diese Orks Abordnung und stellt sich dann eben damit die anderen also weiterziehen können und am Ende sieht man dann noch wie sie also von Ada gefangen genommen wird da wird ja jetzt auch noch nicht so mega viel draus gemacht guck mal was da passiert können wir gleich drüber sprechen wie da eigentlich so die Verbindung her ist jetzt würde ich aber dann doch weil es mich jetzt auch brennend interessiert über die Endfrauen reden beziehungsweise eine Endfrau sehen wir ja die wird witzigerweise gesprochen von also nicht witzigerweise sie wird gesprochen von Olivia Williams Olivia Williams habt ihr wenn ihr der Crown gesehen habt gerade erst gesehen denn da hat sie nämlich die Camilla Parker Bowles gespielt ja also von daher wenn ihr das gesehen habt da könntet ihr sie gesehen haben sie hat auch in Sixth Sense mitgespielt und hat auch in der Neuverfüllung von Peter Pan mitgespielt also die hat man vielleicht öfter mal auch wenn auch nicht bewusst wahrgenommen und den End den kennt man aber der wird gesprochen von niemand geringerem als Jim Broadband und Jim Broadband kennt ihr auf jeden Fall wenn ihr Harry Potter geguckt habt denn da ist er Professor Horace Slughorn da habt ihr ihn auf jeden Fall gesehen er hat aber auch in Indiana Jones mitgespielt und zwar dieser Wolkenatlas war dabei da kann man den vierten Teil genau und er hat sogar einen Oscar gekriegt ja und er ist der ist so Jim Broadband ist so einer der der Schauspieler die man so wunderbar in diesen quirligen Rollen casten kann ich habe jetzt zuletzt mir die nochmal nach langen vielen vielen Jahren die Tintenherz Reihe durchgehört weil es ein neues Tintenherz Buch gab von Cornelia Funke da stelle ich ihn mir die ganze Zeit in einer Rolle vor da habe ich die ganze Zeit Jim Broadband im Kopf der ist so perfekt dafür als der Finolio aus den aus den Büchern falls irgendwer die Tintenherz Reihe gelesen oder sogar vielleicht diese schlechte Verfilmung gesehen das finde ich schön wenn man sich dann da eben mal ein bisschen mit beschäftigt wer ist das denn weil ich sage mal immer ehrlich die Credits die guckst du ja halt auch jetzt nicht bis zum Ende durch von daher merkt man es aber auch gutes Voice Acting und ich sage an den Schauspielern liegt es ehrlich gesagt nicht also das was ja die wie heißt sie die Schauspieler die Moffett da an Hate abkriegt und so weiter das finde ich immer so schade weil die kann ja auch nur das machen was ihr das Drehbuch gibt und das ist ja leider einfach nicht gut na ein bisschen Hölzern ist sie vielleicht schon aber ich sage mal da ist ja auch noch eine Regie die sagt den Schauspielern ja auch was sie machen sollen im Zweifel die Regie ist halt auch nicht gut bei der ganzen Geschichte na gut also wir treffen dann jetzt auf die Ends so und nachdem wir auch wieder auf der Reise waren Nebencharakter kennengelernt haben ein Wildling eine Wildlingsfrau Aaron die wir wieder ein bisschen getroffen haben und jetzt unbedingt und wir immer noch nicht Theos Ohren gesehen haben unbedingt müssen wir die Oretten ja genau wir haben immer noch nicht Theos Ohren gesehen aber dafür haben wir jetzt Endfrauen gesehen also ich kenne ja die Endfrauen nur aus einem unaufgelösten Rätsel bei den Jackson Filmen wo der Baumbart dann sagt die Frauen die sind irgendwann gegangen jetzt haben wir die schon seit Äonen nicht mehr gesehen ja mehr weiß ich nicht das ist auch eine ganz 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 tragische Geschichte wo wir wieder bei dem Punkt sind den ich am Anfang erwähnt habe Tolkien hat das Schicksal der Endfrauen zu einem gewissen Teil offen und nicht offen gelassen also er hat schon geschrieben dass die Endfrauen verloren sind und dass die Endmänner ihre Endfrauen nie wieder finden werden egal was in dieser Welt passiert die werden sich nie wieder treffen weil das eine Geschichte ist die einfach es gibt in der in der realen Welt Dinge die man nicht ändern kann und Dinge die tragisch enden und das ist ein so ein Aspekt den Tolkien anhand der Endfrauen mit reingeschrieben geschrieben hat die Endfrauen haben sich sowieso stark von den Endmännern immer unterschieden dadurch dass die Endmänner eher so eine laissez-faire Taktik gefahren haben und gesagt der Wald soll wachsen wie der Wald wachsen soll und wir sind eher nur die Hüter die ein bisschen aufpassen dass auch nichts irgendwie schief geht aber ansonsten lassen wir den Lauf der Dinge lassen wir so wie sie sind und die Endfrauen waren mehr wie die Gärtner die wollten schöne Dinge schaffen die hatten auch wunderbare Gärten die sie aufgebaut haben und die sind mit der Zeit immer weiter weggewandert und haben sich vor allem in die so in die Ostlande gegeben weil die gehört haben was für Verwüstungen es da gibt und wahrscheinlich die Vermutung liegt nahe auch wenn Tolkien das nie ganz bestätigt hat dass Sauron für das Vergängnis der Endfrauen auch verantwortlich ist dadurch dass er in den Ostlanden viel zerstört hat und auch seine Armeen quasi die Endfrauen getötet haben es mögen vielleicht ein paar entkommen sein und das ist dann wieder die Theorie dass diejenigen die das Auenland geschaffen haben beziehungsweise die perfekten Gärten in Auenland dass das was mit den Endfrauen zu tun haben könnte es ändert aber trotzdem nichts daran dass die Endfrauen und die Endmänner nie wieder zusammenkommen weil wahrscheinlich ist ein Großteil der Endfrauen nicht mehr gibt aber es gibt halt Hinweise die man hereindeuten kann auch in den Büchern von Herr der Ringe wo Sam mit ein paar anderen Hobbits redet die dann auch vermuten dass sie irgendwelche wandernden Bäume gesehen hätten dass eventuell die wunderbar auch abgelegene Architektur vom Auenland und die Natur die da aufgebaut wurde durch die Endfrauen beeinflusst wurde weil sie einfach gerne wunderschöne Gärten geschaffen haben ok und das heißt auch das ist ein Mysterium das nicht wirklich so wie soll man sagen es möchte nicht aufgeklärt sein werden wollen es möchte im Niveau es soll in seiner Tragik bestehen dass die sich niemals wiedersehen dass sie wahrscheinlich vernichtet worden sind das könnte man jetzt sagen das könnte zum Ende des zweiten Zeitalters in der Tat passieren dass die Endfrauen so erstens versuchen gegen Sauron zu arbeiten aber der Sauron die am Ende dann vernichtet also so könnte ich mir vorstellen dass das die Serien noch aufarbeitet dass das das tragische Ende der Endfrauen ist dass man nicht so viel Interpretationsspielraum lässt was Tolkien jedenfalls bezwecken wollte ist dass er diese Tragik nicht wieder gut machen wollte dass es ein schlimmes Verhängnis war dass die sich verloren haben und vielleicht sogar die Endmänner nicht wahrhaben wollten dass die Endfrauen alle getötet oder vernichtet worden sind und dass man daran nichts dass die in dieser Welt nichts daran irgendwas ändern kann ja bis wahrscheinlich irgendjemand auf die Idee kommt eine Serie draus hat das jetzt größere Implikationen auf den oder war das jetzt ehrlich gesagt einfach nur so ein schaut her Endfrauen und alle sind happy also mir kommt die ganze Folge eh so ein bisschen mir kommt diese ganze Folge eh wie so ein bisschen so schaut her hier ist alles was wir euch bisher nicht gezeigt haben seid froh man könnte es im Guten könnte man es so deuten dass die Worldbuilding betreiben wollen und zeigen möchten wer denn alles in dieser Welt unterwegs ist und wen es alles gibt und wer alles durch die üble Macht von Mordor beeinflusst wird könnte man jetzt im Guten rein interpretieren aber es fühlt sich doch sehr stark wie sehr sehr viele Versatzstücke an ja und deswegen hat uns diese Folge auch irgendwie nicht so dramatisch weitergebracht ja also hier da ein bisschen was und hier ein bisschen aber gut na muss ich mal gucken wie es weitergeht die nächste Folge die ja dann den Titel trägt Hallen aus Stein durchaus etwas mehr und ich finde man hätte fast beide in eine verquicken können irgendwie ich habe es gerade eben schon angedeutet völlig unvermittelt am Anfang der Folge werden die Ringe den den Zwergen gegeben bumms ja und ich finde alles was rund um diese Ringe ist maximalst unspektakulär dafür dass die Serie Ringe der Macht heißt ich habe überhaupt nicht verstanden wie diese blöden Ringe überhaupt entstehen also null ja wie was ich habe nicht verstanden was mit den warum die jetzt genau korrumpiert sind was die jetzt genau machen und ich habe dann noch gelesen dass eigentlich die Ringe so wie sie hier jetzt dargestellt werden damit mache ich gar nicht das optische sondern eher ihre Funktions- und Wirkungsweise auch sagen wir mal recht frei interpretiert ist jetzt bleiben wir beim ersten du wolltest dich ja für heute ein bisschen schlau machen wie die Ringe eigentlich funktionieren ist es geht es dir aber genauso dass du diesen herstellungsprozess eigentlich auch nicht wirklich checkst naja es ist wie bei vielen anderen rund um alles alle dinge die mit magie zu tun haben man kann halt magie schlecht beschreiben man kann halt magie schlecht aber ich sehe auch nicht mal den ich sehe auch nicht mal den physischen akt des ringeschmiedens nicht mal den sehe ich ja wirklich doch den haben wir den haben wir am ende der letzten staffel gesehen aber das war es auch schon ja eben mehr sehen wir mehr sehen wir davon nicht ja es ist auch völlig kurios wie es hier betrieben wird klar die Ringe wurden über einen Zeitraum in den Büchern von über 300 Jahren geschaffen das hat einfach gedauert bis die überhaupt alle geschaffen worden sind und es war vielleicht noch nicht mal gedacht dass man die den entsprechenden Völkern direkt gibt also es war jetzt nicht unbedingt gedacht dass vielleicht die für die Menschen sind und die für die Zwerge Sauron hatte bestimmt einen gewissen Plan als Annatar den er da verfolgt hat aber er musste sich dann übrigens auch die Ringe später wieder erkämpfen und es ist nicht so wie hier dass die Ringe schon den Zwergen gegeben worden sind oder den Menschen dass sie die schon bekommen haben nachdem die direkt gebaut wurden oder nachdem die erschaffen worden sind es ist man kann eher vermuten dass Sauron den Zwergen und den Menschen die erst später gegeben hat nach dem Fall von Eregion denn erst wurden die Ringe geschaffen in den Büchern und dann währenddessen hat Sauron im Geheimen den einen Ring geschaffen und als er den an den Finger setzt verbergen die von Eregion versuchen die Ringe versuchen sie ihm die vorzuenthalten und ihm die gar nicht zu geben er muss erst mit einer Armee in Eregion einziehen um sich die überhaupt alle wieder zu schnappen und die dann an die vier verschiedenen Völker von Mittelerde zu verteilen und hier wird das natürlich komplett andersrum dargestellt ich hätte mir halt auch wirklich so diesen Erschaffungsprozess also die haben da diese riesen Schmiede ja wo ganz viele Elben rumhüpfen und irgendwas machen aber ich sehe es nicht und dieser Übergabeprozess war halt auch maximal unspektakulär da sitzt dann der Durin kurz mit den anderen Zwergen zusammen ja schon jetzt hier die Ringe die könnt ihr haben aber dafür bin ich jetzt hier der Chef so und ja dann machen sie das halt und das ist alles so das hatte ich mir also wesentlich ich weiß nicht was ich erwartet habe aber so banal beiläufig trivial habe ich es halt irgendwie nicht erwartet ja sondern halt schon irgendwie schon irgendwie mit ein bisschen ja die Serie heißt nun mal so dann also wenn ich wenn ich aus dieser Serie noch rausgehe und nicht mal genau weiß wie der titelgebende McGuffin funktioniert und warum wieso weshalb dann habe ich doch irgendwas falsch gemacht und jetzt auch wenn ich entwerfe keine Atombomben ja so clever bin ich nicht aber die ganz dunkelste Kerze am Baum bin ich jetzt auch nicht also ich mir ist es einfach es ist einfach nicht so dass du jetzt so sagen könntest johann so funktioniert ja und dann sehen wir jetzt ja plötzlich schon den also weiß ich nicht den einen Ring der unsichtbar macht und schwupps ist der schon da was war das nein das ist es nicht also hier wird gezeigt wie verschiedene Ringe einfach verschiedene Kräfte haben und wie die noch lernen müssen diese Ringe herzustellen es ist in der Tat so wohl dass in den Büchern Durin von Caleb Rimboer schon einen Ring vorher bekommen hat oder ihn schon quasi austesten konnte von den Kräften die die Ringe her haben sind wir relativ klar was die drei der Elben konnten haben wir ja letztes Mal schon erklärt welche Kräfte oder in welche Richtung die gehen bei den Zwergen und bei den Menschen ist es etwas nebulöser der Zweck von Sauron war natürlich die alle unter seine Macht unter seinen Willen zu unterwerfen und das war auch das was er mit den Zwergen machen wollte nur sind leider Zwerge aus einem etwas anderen Material geschnitzt oder geformt worden und so verfallen die Zwerge nie wirklich dem Willen Saurons und die Dinge die die Ringe vermögen in den Zwergen laut den Büchern wird es beschrieben dass sie einfach nur die Eigenschaften der Zwerge vertiefen und ihnen quasi mehr Macht geben die Gier nach Gold wird deutlich verstärkt und so graben sie auch zum Beispiel in Kasadum deutlich schneller und deutlich mehr nach Gold und da könnte man natürlich auch wie passend in diese Serie hier rein interpretieren dass die Fähigkeiten der Zwerge auch hervorgehoben werden wir sehen ja die Zwergen Frauen haben ja scheinbar die Kraft mit dem Berg zu sprechen oder den Berg jedenfalls zu lesen und diese Kraft wird dann entsprechend für Durin nochmal verstärkt sodass er das für sich nutzen kann also entsprechend diese Mächte die ihm der Ring für sie ihn gibt die haben schon Hand und Fuß in dem wie Tolkien es andeutet und dann haben sie natürlich wortwörtlich weil es so schön zitiert wird so tief gegraben und das sind halt so diese paar Dinge es holt mich dann halt auch immer raus auch als Caleb Brimbo dann wortwörtlich zu anderen dann sagt oh dann hast du jetzt ja die Ringe der Macht du hast jetzt gerade nicht ernsthaft den Serientitel gesagt ne come on und da hat sie dann ernsthaft wirklich im Original dann Gandalf zitiert das sind so Sachen wenn du eh schon nicht so drin bist dann kann ich das halt auch nicht so würdigen oder nicht irgendwie positiv feiern dann nervt mich sowas einfach nur dann denke ich mir so ja ich hab's schon verstanden alles gut brauchst du mir die nur fünfmal sagen ich fand es ja schon interessant auch wenn es natürlich einen sehr soapigen Charakter hat wie Anata Caleb Brimbo immer weiter in eine gewisse Richtung drängt also er wird schon als Meister Manipulator hineingeschrieben und das passt auch in den Stil der Serie hinein wie er Caleb Brimbo weiter manipuliert es ist leider nicht auf einem Niveau was man sich dafür wünscht Findest du diese Dialoge denn gut findest du die spannend mir ging es sogar ein zweimal so dass ich zurückspulen musste um eigentlich nochmal zuzuhören was der gerade eigentlich gesagt hat weil er viel sagt aber eigentlich nichts sagt also diese Drehbuchschreiber könnten auch Politikerreden schreiben ja ich versuche immer wieder lieber Olli ich versuche Positives in diese Serie reinzulesen auch wenn da viel Murks reingeschrieben wird er muss ja auch versuchen subtil vorzugehen und mit viel sagen nur kleine Dinge voranzutreiben in Caleb Brimbo und er hat natürlich jetzt das clever gemacht dass einerseits Caleb Galat verborgen hat und andererseits schiebt er ihm ja ist so ein bisschen Ghostlighting was er betrifft schiebt er ihm jetzt die Schuld in die Schuhe dass er jetzt daran Schuld wäre dass er ja bewusst das vor Gil Galat geheim gehalten hat und er jetzt der Böse ist und er gar nicht aus seiner Zwickmühle mehr herauskommt ja irgendwie also dieser ganze Plot das kann man bestimmt super spannend machen aber es ist es halt leider nicht also es ist für mich alles irgendwie nur so also wirklich die ganzen Szenen sind für mich nur so so ein Vehikel zu ja komm worauf läuft die ganze Nummer denn jetzt hier hinaus ja und genauso geht es mir übrigens auch ich weiß nicht ob wir schon nach Numenor springen wollen aber genauso geht es mir halt im Grunde genommen auch in Numenor der wir hatten im letzten Mal drüber gesprochen der Pharrason der ist halt jetzt von dem Adler zum König gemacht worden warum halt auch immer okay aber es gibt halt dann eben auch noch so mit Elendil noch so eine kleine kleines Widerstandsnest und auch hier muss man sagen das finde ich noch fast mit den spannendsten Plot und ich finde es eigentlich schade und das hast du ja schon mehrfach angedeutet auch in der letzten Staffel schon dass eigentlich die ganze Story ja eher um den Fall Numenor sich drehen müsste sollte könnte ja aber das ist ja halt eigentlich bestenfalls aktuell zumindest nur eine B-Story ja also ganz richtig lag ich da die letzten Male nicht also das Highlight des Zweitalters ist natürlich bis Sauron besiegt wird und ihm der Ring der Macht vom Finger geschnitten wird das ist letztendlich der große Endkampf wo sich die Elben und die Menschen zusammentun und Sauron am Ende zu besiegen oder diese Inkarnation von Sauron zu besiegen der Fall von Numenor ist so dass der Mittelpunkt fast das Ganze beziehungsweise einer der Höhepunkte aber dann geht es halt noch wieder hundert wenn nicht tausende Jahre weiter weil die Numenorer müssen ja natürlich auch irgendwie in Mittelerde auch ihre ganzen Siedlungen und sowas aufbauen und ihre Königreiche nachdem Numenor gefallen ist aber ja letztendlich ist einer der wesentlichen Punkte im zweiten Zeitalter dass die Menschen von Numenor fallen dass Numenor untergeht dass Numenor zu einem Atlantis wird was was am Ende versinkt und dass sie sich doch noch ein bisschen retten indem sie Mittelerde gegen Sauron verteidigen und Sauron dann zum Ende des zweiten Zeitalters zu Fall bringen also wie man da den Spin jetzt noch dahin kriegen will das sehe ich gerade irgendwie nicht so ich finde es auch ganz schwierig also wie du es gerade auch gesagt hast man hätte aus dieser Serie sehr viel machen können wir haben ja letztes Mal schon über das epische in Tolkien geredet dadurch dass wir hier Elben haben die sich nicht mehr anfühlen als wären sie nur besser gestellte Menschen und das hätte man einfach vermeiden können indem man sagen würde gut wir sehen ähnlich wenig von den Elben wie wir es in den Filmen gesehen haben und sehen nur ein paar wichtige Zwischenstationen und folgen eigentlich den Menschen vor allem den Menschen von Númenor wie Númenor von Sauron korrumpiert wird also erst mal wie sie den Elben helfen Sauron erst einmal gefangen zu nehmen und wie Sauron dann Númenor zu Fall bringt und wie die dann versuchen aus ihrem Niedergang noch das Beste zu machen dann hätte man so Point of View Charaktere meinen wegen auch durch die Hobbits auf der einen Seite und die Menschen auf der anderen Seite durch die man näher an die Charaktere rangekommen wäre weil so eine sehr leidlich oder sehr sehr bitchig wirkende Galadriel hilft auch nicht das Ansehen der Elben für Zuschauer am Fernsehen irgendwie sie höher zu treiben Ja das ist halt auch so ein Punkt die Serie sagt mir nicht wirklich für wen ich eigentlich irgendwie so routen soll und das kann man jetzt sagen ist bei House of the Dragon genauso aber da ist das halt intrinsisch gewollt also das ist halt einfach eins der Merkmale von Game of Thrones dass halt im Grunde genommen alle Scheiße sind irgendwo mal mehr oder weniger so aber bei Herr der Ringe wie du es gerade eben gesagt hast habe ich ja epische Fantasy und da brauche ich halt meinen strahlenden Helden Aragorn der halt mehr oder weniger keinen einzigen Makel hat was in dieser Welt ja auch völlig in Ordnung ist wenn ich weil ich will ja diese Geschichte erleben mit solchen Figuren ja das bringt mich ja dann auch das ist ja auch das was mich bei Star Trek aktuell so auf die Palme bringt ich möchte Star Trek gucken weil ich die Utopie der Sternenflotte sehen möchte ich will dieses gute Gefühl haben dass irgendwann alles gut wird ich will nicht diese Serie gucken mit dem Gefühl ja in 500 Jahren sind die noch genauso scheiße wie jetzt ja das ist nicht what Star Trek is all about und bei Star Wars geht es mir im Grunde genommen darum ich will ein klassisches gut gegen böse haben und das halt eben nicht mit Pferden und Pfeilen und Bogen und Orcs sondern halt im Weltraum es ist Herr der Ringe im Weltraum und wenn ich Indiana Jones sehen will dann will ich ein schönes Abenteuer erleben aber eins wo ich zumindest irgendwie so dieses Pension of disbelief halt auch wirklich mal ein bisschen weglassen kann und so weiter und so und das ist halt sind oder nehmen wir auch noch James Bond da will ich einen Übermenschen sehen ich will den perfekten Mann sehen wirklich den perfekten Mann alles was Männer wollen verkörpert James Bond in ihren Träumen und so weiter das will ich sehen ich will da kein Weichei sehen der am Ende auch noch drei Kinder hat zwei davon unehelich und sich am Ende obwohl er fünfmal von der Insel wegkommen könnte dann absolutely no fucking reason opfert und so weiter das will ich einfach alles nicht sehen das wollen auch viele andere Menschen nicht sehen wenn ich was sehen will was mir die anderen Dinge alle sagt dann gucke ich mir eine andere Serie dann gucke ich irgendwie eine Fleabag an oder dann gucke ich mir Matroschka an oder Blackmail oder weiß das es gibt ja oder die Expanse oder keine Ahnung was es gibt ja genug Serien da draußen Fall Mankind oder keine Ahnung was es gibt ja genug tolle Serien da draußen wo solche Sachen sind aber solche Serien hier die gucke ich ja oder du bist ja Fan geworden aus einem gewissen Grund und wenn du halt diesen Grund dann nicht mehr findest da drin dann ist man halt irgendwie irritiert und guckt dann viele Dinge in der Hoffnung dass man es irgendwo mal findet und ja und da habe ich so das 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 Problem damit dass hier halt so gar kein strahlender Held irgendwie ist also entweder verhalten sich alle selten dämlich oder sie sind einfach unsympathisch weil ich sage mal eine Galadriel ist halt einfach nicht sympathisch also man die ist zwar eine Heldenfigur irgendwo aber sie ist halt einfach nicht sympathisch ja und da sind mir halt am liebsten eher dann noch von mir und noch Poppy und Nori ganz ehrlich die mag ich dann am liebsten noch von den beiden vor allem Nori finde ich ja ganz putzig aber das ist ja dann nicht unser Point of View Charakter genau das ist auch das ist auch wieder dieses Problem der Heldenreise in Serien die wir haben in Serien klar entwickeln sich die Charaktere weiter und da sind vieles viel Story wird einfach durch die Handlung der Charaktere und durch das Handeln der Charaktere selbst vorangetrieben aber das ist es vielleicht auch nicht was wir in so einem Tolkien in so einer Story von Tolkien sehen möchten beziehungsweise nicht in so einem offenen Rahmen haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen wir werden aus diesem epischen herausgerissen wir sehen nicht die klare Heldenreise die hier stattfindet hier werden Dinge vermenschlicht die eigentlich in dem Fantasy Epos nicht unbedingt vermenschlicht werden müssen und dadurch verliert es die gewisse Größe die eigentlich so ein High Fantasy Ding wie Tolkien haben sollte dieses Larger Than Life dieses Größer als das Leben was es eigentlich in sich in sich inhalt diese Legenden und Mythen die vor allen Dingen das zweite Zeitalter und davor das die Zeitalter prägen das sind Legenden die wir im dritten Zeitalter präsentiert bekommen und hier werden diese Legenden aufgelöst und entmystifiziert und das ist das grundlegende Problem auch dieser dieser Serie vor allen Dingen wenn sie sich nicht an dem entsprechenden Grundmaterial an den entsprechenden Quellen bedienen darf sondern durch Interpretationen von Schreibern neu aufgelegt werden müssen die definitiv nicht Tolkien sind aber hey sie haben sich gemerkt dass es da diese hintereingangstür zu Moria gibt die man mit dem Wort Melon aufmacht das muss rein das muss rein und haben sie aber die Tür wurde auch in dem Zeitalter geschaffen in der Tat und das wurde auch als Freundschaftssymbol geschaffen nur leider wurde die Tür nicht mehr überliefert worden dadurch dass einfach die Zwerge aus Moria vertrieben worden sind und viele die die Geschichte kannten auch einfach schon längst tot waren also das ist ein nettes Easter Egg was mit drin ist und was auch wieder die Tragik des Ganzen zeigen könnte wenn man es weiter verfolgt aber ich fürchte es wurde auch nur hier wieder reingeschmissen als Easter Egg mehr nicht haben sie dann jetzt den den Ballrock da freigegraben oder nicht sie müssten eigentlich noch dabei sein ihn zu wecken das ist der Ballrock der das sein oder ist das dieser dieses dieses Wächter Tentakel vor der Tür ach so nee 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 der Ballrock ist in Kasadum unten drin das was Arondir und so angreift das ist ein anderes Viech wenn du das meinst nein ich meine das was die die Zwergenfrau da im See spürt ach so ja das das wird irgendwie in irgendeiner Form der Ballrock sein denke denke ich ja Durins Pain Durins Niedergang oder wie es auf Deutsch benannt wurde das heißt also in der Tat das was Gandalf gesagt hat die Zwerge haben zu tief geschürft der hat also die haben also so tief gegraben aus Gier zum Gold getrieben durch den Ring dass sie also dann das Böse in Form des Ballrocks sozusagen unten geweckt haben vor der war genau okay genau das ist einer der Ballrocks der so mächtig ist dass keiner gegen den bestehen kann ich meine wir müssen uns daran erinnern dass rein theoretisch in den Büchern Gandalf über 10 Tage lang mit dem Viech gekämpft hat in einem geschwächten Zustand und ihn noch besiegen konnte und Gandalf der war sehr ein sehr sehr mächtiger Maya und das sollte und er ruft ja auch noch hinein das ist ein Gegner mit dem ihr euch nicht messen könnt also das da hat keiner eine Chance gegen so ein engelsgleiches Teufelsviech ja gut also dann waren wir ja kurz in Numenor wir sind ein bisschen abgeschweift da hat sich ja dann was ereignet in einem Schrein ich habe nicht genau erkannt was sich da ereignet hat das war sehr dunkel ja aber der Elendil der ist jetzt also verhaftet worden der Pharrason schwingt sich also sozusagen auf sein ja seine Diktatur sein Reich da zu festigen ich habe aber ehrlich gesagt auch das nicht so 100% verstanden was will er denn eigentlich was möchte Pharrason kannst du mir in zwei Sätzen sagen was der möchte was die Alte was die Tante die Königin Regentin nicht gemacht hat ja die Regentin war eine Elbenfreundin und wir sind in einem Zustand von Numenor wo das Hassbild Elben sind die Einwanderer die sollte man möglichst vertreiben und die dürfen auch nicht über unsere Grenzen wiederkommen außerdem sind die Elben die verhassten Lebewesen denen ewiges Leben gegeben wurde von den vom Gott und die Menschen sind sterblich und das ist so ein bisschen der Neid der Menschen auf die Elben den übrigens eigentlich in den Büchern Sauron sät erst nachdem Sauron das erste Mal gefangen genommen wurde das erste Mal besiegt wurde durch die erste Allianz von Menschen und Elben haben sie ihn haben sie ihn Sauron gefangen genommen nach Numenor rübergezerrt wo er dann die Zwietracht gesät hat zwischen Elben und Menschen dass die Menschen wirklich aufbegehren in dem Punkt wo wir hier sind müssten die Menschen eigentlich noch totale Elben Freunde sein und auch viel Handeln mit denen und Kommunikation mit denen betreiben und hier haben sie es jetzt schon vorgezogen dass wir die Anti-Elben-Fraktion haben und die Freunde-Fraktion und die Elben-Freunde-Fraktion wird jetzt niedrig gehalten und erst recht zerstört und Parason will alles gegen die Elben machen aber siehst du das wäre zum Beispiel doch auch irgendwie ein Kniff gewesen wenn ich das schon ändere von dem was du gerade erzählt hast hin zu dem wie es jetzt ist dann hätte ich doch durchaus aus dem Sauron noch ein wunderbares Überwesen machen können indem ich ihr einfach sage naja und in Numenor da hüpft der Sauron auch rum weil der halt Sauron ist weil der halt einfach instant travel kann das wäre jetzt auch egal ja und wäre dann sozusagen die Grima-Schlangen zu Parason so ein Einflüsterer ja ist er ja ist er im Buch ja auch ist er am Ende im Buch ja aber halt hier nicht und deswegen kommt die Entwicklung von Farason so völlig aus dem Nichts der ist halt Anti genau weil man auch genau weil man auch nicht wirklich viel von ihm bisher erfahren hat oder von den Menschen das ist auch mein totaler Kritikpunkt Numenor ist so enorm wichtig für die gesamte Geschichte und Elendil und alle anderen und Farason ist so ein essentieller Charakter in den Büchern in den Anhängen wie da aber auch nur kurz erwähnt dass es eine Schande ist wie das Ganze behandelt wird man hätte sich weiterhin stark auf die konzentrieren können und hätte dann alles andere was mit den Elben in Mittelerde zu tun hat hätte als größer als das Leben als mystisch als Legenden als die Überbleibsel des alten Zeitalters beschreiben können als das nachdem die Menschen sich sehnen und das was die verköttern und wo die dann im Laufe der Serie immer mehr Neid vielleicht drauf entwickeln würden aber das hat man jetzt hier alles schon vorweggenommen ja und deswegen ist es irgendwie so man muss es halt eben schlucken na gut der Elendil der hockt jetzt im Knast gucken was rauskommt sein bester Freund der Valandil der ist tot okay und das müssen wir halt mal eben schauen also es ist alles in allem jetzt auch mal nach anderthalb Stunden mal so ein bisschen die zwei Folgen mal so abzurunden und ihr merkt schon wir haben nicht alles besprochen ich weiß auch gar nicht was wir jetzt noch ich warte lieber jetzt mal die Entwicklung zwischen Galadriel und Ada ab bevor ich da einfach jetzt zum Beispiel hier mehr zu sage ja weil das warte ich jetzt noch mal eine oder zwei Folgen ab ich kann da jetzt noch nicht so völlig den Stab drüber brechen wie ich das vielleicht bei einem Discovery oder so machen würde weil ich einfach hier in diesem Lore nicht so drin bin und mir viele Dinge deswegen einfach nicht auffallen wo ich vielleicht da sitzen würde und sagen würde oh mein Gott aber es ist natürlich auch schon so dass mich die ganze Geschichte ehrlich gesagt aktuell bleibe ich nur des Franchises wegen erstmal da und in der Hoffnung dass es halt doch vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen besser wird ja aber ich gucke wieder nochmal ich habe es gerade eben noch gesagt wir haben noch drei Folgen ich bin mir nicht so sicher ob das nochmal irgendwie besser wird sodass das Ganze am Ende des Tages wieder so eine halbgare Staffel ist die uns so ein bisschen vorangebracht hat aber halt auch nur so ein bisschen und das eigentliche entscheidende das eigentliche spannende und da drehe ich mich im Kreis ich sage es nochmal die Ringe der Macht irgendwie so unerklärt bleiben wo ich eigentlich doch genug Zeit gehabt hätte wirklich mich dem Ganzen da eben zu widmen und ich glaube der Urfehler besteht darin dass ich einfach zu viel Charakter habe und kein Point of View Charakter mit dem ich bonden kann außer Nori und die kommen halt viel zu wenig vor wenn ich die und nochmal ganz kurz erinnere mich nochmal Nori und Poppy sind doch völlig neu erfunden ja die sind ganz neu wie sehr viele andere auch die ganzen Menschen hier und andere Charaktere genau und wenn ich eh schon die Charakter komplett neu erfinde dann hätte ich sie halt auch eben woanders reinsetzen können weißt du dann hätte ich dann hätte man vielleicht hier gesessen und gesagt das ist auch nur Frodo 2.0 aber ich hätte wenigstens irgendwie jemand der mich als Zuschauer auch so ein bisschen also damit dem Hobbit die Exposition erklärt wird weil das Sinn macht weil der es nicht weiß oder sie nicht weiß aber nicht die Elben unter sich die Exposition machen damit der Zuschauer es weiß ich meine selbst wenn die Serie die zweite Staffel am Ende dieses Jahres eher murks war haben wir noch ein klein wenig Hoffnung für das Franchise das uns über das Jahr hinaus retten könnte denn im Dezember erscheint noch dieser animierte Film The War of the Rohirrim die Schlacht der Rohirrim wo jetzt letztens der erste Trailer für rauskam und das enorm interessant und spannend aussieht ja also auf jeden Fall also ich gebe dem Ding auf jeden Fall Credit und mag ja diese diese sag ich mal etwas westlicheren angehauchten Animes um es mal so zu sagen ja also da die nicht so One Piece mäßig oder Dragon Ball mäßig daher kommen das heißt da kann ich ja also so Your Name zum Beispiel großartiger Film guckt euch Your Name an ja also beste Film und Taschentücher bereithalten Heutrotz und Wasser großartiger Film oder jetzt hat man ja auch Blue Eye Samurai oder jetzt halt eben diese Geschichte aber auch immer gerne Castlevania gucke ich auch gerne ja also von daher da stehe ich total drauf und da freue ich mich auch wirklich drauf ist ja auch anscheinend ein ganz guter Voice Cast da zusammengekommen und ich bin mal gespannt ich habe natürlich auch schon die Unkenrufe gehört ja Moment mal das ist ja der völlig falsche Fokus Charakter der da im Trailer hauptsächlich ist das müsste doch eigentlich eher um den Häh gehen aber jetzt ist da irgendwie die Häh mehr im Fokus und so weiter kann ich nichts zu sagen käme ich nicht aus weiß ich nicht ich lasse mich dahingehend überraschen aber ich weiß auch hier wird schon wieder ein bisschen rechts und links schon wieder gefeuert aber das war jetzt okay also jetzt kein mega Hype Film auf den ich jetzt warte oder so und dann habe ich noch was gesehen aber das habe ich jetzt da weiß ich nicht mehr ob das nur ein Meme war irgendwie so eine Gollum Sache auch noch ja die werden einen Film wahrscheinlich sogar ein zweiteiler ausbringen The Hunt for Gollum okay wird der so toll wie der Spiel die ganze Geschichte erzählt schauen schauen wir mal es gibt ja wirklich eine ganze Vorgeschichte rund um die Jagd nach Gollum die ja auch in den Büchern erzählt wird wie einfach Gandalf und Aragorn nach ihm suchen und nach ihm fahnden und das möchte wollen die jetzt ausbauen und Ian McKellen wurde in der Tat wohl schon angesprochen ob er als Gandalf zurückkehren möchte und er hat dem Ganzen auch keine Absage erteilt er hat nur gesagt er liest sich das Skript durch und dann schaut er und er möchte eigentlich nicht dass irgendjemand statt ihm Gandalf spielt das könnte unser Vorteil sein vielleicht auch ein Nachteil wer weiß aber da werden Filme produziert und da ist Andy Serkis mit involviert und viele andere aus dem alten Franchise aus der alten Produktion vielleicht wenn sie sich Zeit nehmen ich meine wir alle wir haben im Podcast lang und breit besprochen warum der Hobbit so ein Fail war wenn sie sich genug Zeit dafür nehmen mit der Qualität die sie auch in die alten Filme reingesetzt haben dann könnte es was werden aber es die schlachten gerade einfach alles aus die versuchen einfach alles davon auszuschlachten ob es jetzt wirklich nur eine Verwurstung des Ganzen wird um einfach nochmal ein paar Millionen auf Kosten des Franchises einzunehmen oder ob es ein qualitativ hochwertiges Produkt wird weiß man das muss man abwarten naja es bleibt auf jeden Fall spannend im herderigen Universum wir bleiben euch auf jeden Fall erhalten jetzt müssen wir mal gucken ob wir es schaffen dass wir die nächsten zwei Folgen oder vielleicht die nächsten drei Folgen besprechen da müssen wir mal gucken wie unser Terminkalender aussieht so oder so das werden wir auf jeden Fall machen vielleicht machen wir auch einen Stream zur letzten Folge oder so am besten ist ihr folgt uns auf den sozialen Kanälen da bleibt ihr auf jeden Fall informiert und wenn euch das heute gefallen hat dann lasst doch mal ein Däumel nach oben da bewertet uns bei iTunes bei Podcast Addict oder bei Spotify da freuen wir uns immer über Sterne und natürlich eine Mail an info at nerdizismus.de ihr kommt auf unseren Discord ihr könnt auf nerdizismus.de slash shop euch vielleicht auch ein T-Shirt schnappen oder eine Tasse oder ihr könnt uns eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp schicken unter der 01525 964 7709 und natürlich nochmal hier der Hinweis an den Groupon Deal zur Nerdy Christmas Show am 31.10. in Essen im Rabbit Hole Theater mit der Mina zu Gast geht einfach auf Groupon sucht nach Nerdy Christmas ein Wort und dann findet ihr den Deal ihr müsst noch das richtige Datum auswählen den 31.10. und dann Spartier kriegt noch ein Freigetränk eine supergeile Party im Anschluss und noch ein Meet & Greet mit den Nerizisten also was will man mehr in diesem Sinne macht es Jort vielen Dank fürs Einschalten und Michael dir wieder vielen Dank für dein wissensreiches Silmarillion Know-how das du ausgebreitet hast und in diesem Sinne bis die Tage Tschüss Ciao Eine Produktion des Podcast Imperiums des Podcast Imperiums des Podcast Imperiums des Podcast Imperiums Vielen Dank.